So, also, jetzt müssen wir noch schnell schlafen gehen, heute Nacht, genau, eins habe ich vergessen ja genau die Playlist einzuschreiten, entschuldigung, habe ich es vergessen, sowas, sowas passiert halt mal, so, ja, also hier wie wir sehen, die Zombies verrecken gerade, das ist sehr schön, müssen wir nicht alle killen, also jetzt, weil, ich habe jetzt extra mal keine Nacht mit Zombies gemacht, weil ich jetzt einfach mal wollte, weitermachen wollte hier, also, sprich von, ähm, jetzt müssen wir mal in die Zombiehöhle, muss ich mal schnell gucken, ah, ist noch eine Spinne, also ich wollte jetzt einfach mal weitermachen mit unserem Zeug hier, das ich noch, äh, zu erledigen habe, also, wie ich schon gesagt habe, sprich, ähm, diese Bäume da, und so weiter alles halt, Und sehr schön ist es ja dann mal wieder, wenn hier wieder mal kein Zombie reingegangen ist, da freue ich mich ja wieder, äh, Schlag auf Schlag hier, Mensch, wieso, wieso geht da keiner rein, ey? Es sind doch alle, ich dachte, die Zombies sind alle dumm, haben so ein verrottetes Gehirn, wieso gehen die da nicht rein? Ja, aber, vielleicht geht es, vielleicht geht es auch gar nicht, also, ich weiß es nicht, aber jetzt müssen wir hier erstmal die Tür zumachen, das Trapdoor, schaut dann schöner aus, So, und dann machen wir hier noch schön alles zu, Ah ja, stimmt, da habe ich was vergessen, Na super, ey, ist ja wieder sehr schön, schaut ja dann wieder super schön aus, So, können wir hier gleich zumachen, So, Hmm, soll ich da auch noch da Fackeln machen vielleicht? Ah, nee, ich habe schon eine Idee, Das machen wir mit diesen Pumpkins, Also, warte es mal kurz hier, So, also, jetzt habe ich mich hier selbst langsam nicht mehr gehört, hier, Ist ein bisschen zu laut, So, jetzt komm her, du Pumpkin, Ja, Pumpkin, Wie viel kriegt man da eigentlich nochmal? Vier, ah ja, okay, Den Pumpkin können wir da nämlich in die Allee stellen, Oder zwischen den zum Beispiel, Und dann tun wir da auch noch Fackeln rein, Und dann ist es so eine Art, ähm, Lichtquelle, Hä? Ah ja, Zack, der Kürbis, Sehr schön, Jetzt muss ich nur mal gucken, wie ich das jetzt hin, Ende, wie ich die Typen hier jetzt hinstelle, Hm, wie sieht es denn am besten aus? Vielleicht kann ich die hier so einen Eingang hin machen, Sodass man weiß, Hier geht die Allee los, Könnt doch, Könnt doch gut aussehen, oder? Wie es so durchgeht, Ja, ich glaube, das sieht schon schick aus, Da könnte ich dann hier noch welche hin machen, Und da, ja, Das würde passen, So, jetzt muss ich mal gucken, Getreide haben wir wieder sechs Stück, Das heißt, Schweine, Ihr könnt euch wieder vermehren, Und, ja, Das habe ich wahrscheinlich letztes Mal vergessen, Aber ich brauche einfach mehr Schweine, Weil die mir hier, Äh, Die eine, Hauen wir da die ganze Zeit ab, Hä? Und wenn ihr jetzt Liebe macht, Hau ich mir, Hau ich jetzt mal ab, Weil, äh, Wenn ich hier die ganze Zeit, Wenn ich hier die ganze Zeit welche abhauen, Dann muss ich die wieder abschlachten, Weil sonst wäre das wieder eine Arbeit, Bis ich die hier alle weggemacht habe, Und das wäre auch wieder so ein Scheißarbeit-Ding, Also, Also, wie gesagt, Das würde dann wieder Arbeit machen, Und dazu habe ich erst recht überhaupt keinen Bock drauf, Sondern schlachten wir die halt schnell, Und dann passt das schon, So, hier müssen wir noch schnell die, Das Getreide hier wegmachen, Haben wir doch noch eins bekommen, Ah ja, Das habe ich jetzt schlecht gemacht, So, Hier ist alles weg, Schade eigentlich, Das heißt, Wir werden hier jetzt Pumpkins hinmachen, Aber erstmal tun wir noch hier, Äh, ups, Schnell Futter weg tun, Sonst laufen wir die mir alle hinterher, Und ich will ja nicht schon wieder einen Huhnschlacht oder eine Ente schnell zu, Dann ist das auch sicher, Die Schafe haben jetzt irgendwie noch gar nicht so viel bekommen, Aber die mache ich auch, Die fasse ich auch eigentlich gar nicht an, Weil ich brauche die ja eigentlich gar nicht, Nur wegen Wolle, Aber Wolle habe ich ja genug, Hm, Das hat auch wieder die Frage, So, hier haben wir noch ein bisschen Holz, Das heißt, Wir werden uns jetzt noch schnell, Unseren Boden noch schnell hier fertig machen, Ja, aber nicht mit der Axt, Sondern hier mit einer Schaufel, Dann ist unsere Hütte hier auch schon mal fertig, Kann ich mich auch wieder freuen auf, Was schönes hier, Und dann kommt später wohl, Dann der Dachbau, Also dann haben wir hier dann ein schönes Dach, Aber das machen wir später, Weil hier wollen wir ja jetzt, Ähm, Unseren Übergang bauen, Und hier müssen wir jetzt untertauchen, Ja, ist ja sehr schön, Fucking, Wie mache ich das denn jetzt, Müsste ich dann wahrscheinlich so machen, Und dann so, Und dann muss ich hier, Ja, genau, so geht das, So, Ist ein bisschen langsam, Weil es jetzt im Wasser ist, Ist ein bisschen scheiße, Aber man kann es nicht ändern, So, dann haben wir es hier auch, Eins, zwei, drei, Könnte man hier, Ja, genau, Dann können wir hier, Ups, jetzt gehe ich schon die falsche Taste, Super, Äh, jetzt gehe ich schon hin, zurück, Können wir nicht, Gehe ich schon die falsche Taste, Ähm, Müssen wir hier lang, So, Dann machen wir hier wieder einen hin, Dann machen wir da wieder einen hin, Ja, Jetzt haben wir noch einen langen Weg hinter uns hier, Müssen wir gehen, Bis hier unsere Farm wirklich relativ fertig ist, Weil ich glaube, Ähm, Unsere Farm hier, Äh, Wird gar nicht fertig, Weil ich werde wahrscheinlich immer was Neues dazu machen, Zum Beispiel, Ich werde jetzt dann später eine Berghütte wahrscheinlich machen, Aber das ist, Das ist nur so ein Hintergedanke, Fest steht es jetzt nicht, Dass ich das mache, Aber was ich vielleicht dann später, Was ich vielleicht dann nachher nochmal bauen könnte, War das so ein Gedanke, So, Jetzt machen wir uns hier noch schnell was, Das wird auch eigentlich ganz fix, So, Ja, Genau, Passt, Ups, Ja, Der eine falsche da ist, Jetzt nicht so schlimm, Wäre es jetzt mehrere, Das wäre schlimm, So, Dann haben wir erstmal hier das, Lass wir das auch noch zusammenbauen, Also wir haben dann wirklich richtig schön viel Arbeit dann, Wie wir hier sehen können, Hoffe ich, Dass ihr was sehen könnt, Aber ich glaube schon, Scheiße, Jetzt schau doch mal still, Was macht denn der Bastard jetzt, Ich glaube es hier nicht, Mensch, 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 So, Jetzt tauchen wir wieder auf, Jetzt tauchen wir wieder unter, Nee, Keinen Bock drauf, So, Aber ich glaube die Musik hier, Die tut es jetzt auch schon, Und uns hier ein bisschen aufheitern, In diesem langweiligen Baumodus, Modus, Weil es ist jetzt, Oh ne, Jetzt geht mir da auch noch der Dreck aus, Perfekt, Wir haben ja noch genug, Zum Glück, Das habe ich ja erst in meiner Krimskramskiste gesehen, Mensch, Was ist denn da jetzt los, Was soll das, Mensch, Hi, Karamba, So, Also ich werde dann hier noch die Plattform fertig bauen, Und dann werdet ihr ja schon sehen, Was dabei rauskommt, Und dann werdet ihr ja, Und dann werdet ihr ja schon mal auf, Wenn das jetzt ja auch schon geht, Das war's.